Wir sind am Hüppenplatz in Wien-Ottagring und wir Grüne haben heute hier mal Gros aufgekocht, in dem Fall Grautsuppe, mit dem Chefkoch Betz. Da haben wir viele Gespräche geführt. Wozu und warum? Ja, gesunde Lebensmittel, regionale Lebensmittel, Bio-Lebensmittel. Die EU-Landwirtschaftspolitik muss völlig revolutioniert werden. Das geht. Weil aus einem Krankensystem können keine gesunden Lebensmittel kommen. Das werden wir ändern. Das wollen wir ändern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.